Servus und Hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Review. Heute soll es gehen um Lara, einen deutschen Film, der noch gar nicht so alt ist, das, ich glaube, Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres rauskommt, wurde so ein bisschen gefeiert als der große deutsche Arthouse-Film der letzten Zeit. Und jetzt habe ich mir den nochmal angeschaut und möchte ein paar Worte darüber verlieren. Wir begegnen in diesem Film der Lara Jenkins. Die Lara feiert den 60. Geburtstag. Gleich in der ersten Szene wird klargestellt, dass sie einige Probleme hat mit ihrem Leben. Sie haut eigentlich relativ wenig, worüber sie sich noch freuen kann. An dem Tag, wo sie ihren 60. Geburtstag feiert, gibt ihr Sohn Viktor ein Klavierkonzert. Ein Solo-Klavierkonzert. Er spielt dort eine eigene Komposition. Und sie ist nicht eingeladen. Dafür ist sein Vater offensichtlich in der Gunst von Viktor sehr viel höher. Das tut ihr natürlich sehr weh. Und sie beschließt, nach einigen Dingen, die ihr da passieren, an ihrem Geburtstag, ihr Bankkonto zu plündern und sämtliche Restkarten von diesem Konzert aufzukaufen und sie zu verschenken. Und dann auch eben natürlich selber dort hinzugehen und sich das Ganze anzuhören. Und ja, da im Zuge dieses Aktes geht es dann auch darum, inwiefern hat das was mit ihrer Vergangenheit zu tun, welchen Dämonen muss sie sich wirklich stellen, wenn sie das macht und was steckt da wirklich hinter ihr, hinter der Geschichte von der Lara. Ihr merkt schon anhand von der Inhaltsangabe, es ist schon jetzt ein Film, der sehr viel über die Emotion kommt, der auch sehr viel subtextig erzählt, wo viel einfach einmal nicht ausgesprochen wird, was aber auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass der ganze Film eigentlich nichts anderes ist wie eine Beobachtung. Also wir begegnen halt der Lara und begleiten sie einen Tag lang. Also es ist jetzt keine, da gibt es keine große Schnitterei oder so, sondern es ist wirklich A-Doc. Eben ihr 60. Geburtstag und der Tag des Solo-Klavierkonzertes von ihrem Sohn. Getragen wird der Film, das haben wir mal vorher gestellt, von einer exzellenten Performance von der Corinna Hafuch. Absolut Weltklasse, was sie noch macht an der Stelle. Also sie ist wirklich das Shining Light von dem Film. Es ist offensichtlich so, es soll glaube ich, wenn ich den Film auch richtig verstanden habe, ob es ein bisschen Solo-Show sein, soll ein bisschen Showreel werden für sie. Und muss ich tatsächlich sagen, so wie sie besetzt ist, so wie sie geschrieben ist, diese Figur, und so wie sie das macht, Mimik, Gestik und alles, was so dazugehört, allein, so wie sie eben ihre Dialogzeilen präsentiert und da bringt, ja, das ist einfach auf den Leib geschrieben, sensationell an der Stelle. Das ist wirklich absolut top. Ansonsten auch der restliche Cast ist durchaus illustrer besetzt. Wir haben den Tom Schilling drinnen, wir haben die Maler M da drinnen, also es sind grundsätzlich schon so zwischendurch wieder so die Gesichter, die man sieht, wo man, ah, schau, auch da, auch da. Ist aber jetzt gar nicht im Populär-Genre zu finden, sondern eher wirklich, wenn man auf so einen deutschen Film steht, dann hat man eben die Gesichter schon ein bisschen gesehen und das passt wirklich gut. Der Cast funktioniert super an der Stelle. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem, wo ich so das größte Problem tatsächlich habe. Für mich ist Lara, und das ist jetzt eine sehr, sehr mutige Aussage, die ich jetzt da treffe, weil ich gerade eben auch ein Mensch bin, der sehr gern solche Arthouse-Filme zwischendurch einfach hat, weil ich auch sehr gern ein bisschen rätsel und sehr gern ein bisschen drüber nachdenke, was mir jetzt der Film sagen will, beziehungsweise die Figur mir sagen will. Was das angeht, ist Lara funktioniert Lara super. Das ist eine sehr ambivalente Figur, die uns da präsentiert wird. Man weiß, also bis zum Schluss habe ich mir sehr schwer getan, für die Frau irgendeine Art von Sympathie zu entwickeln. Das soll aber, glaube ich, so sein. Ich glaube, das ist durchaus gewollt. Das funktioniert gut. Für mich ist der Film aber leider Gottes zu arthausig, beziehungsweise er ist zu gewollt arthausig. Was meine ich jetzt damit? Der Film dauert knappe eineinhalb Stunden, bis sie drüber, ich glaube, 1.35, 6.30 sowas. Also das ist nicht ein langer Film, der ist sehr knackig. Trotzdem fühlt der sich zwischendurch viel, viel länger an, als er eigentlich sein dürfte. Das liegt in erster Linie tatsächlich an einer Art der Inszenierung und des Drehbuches, das gewollt einfach dem Zuschauer suggerieren will. Was du jetzt da anschaust, ist ein Kunstfilm. Was du da anschaust, ist sehr anspruchsvoll übrigens. Falls du das noch immer nicht kapiert hast, wir wollen anspruchsvoll sein. Und in der nächsten Szene dann noch einmal, übrigens, das Film macht jetzt nicht so, wie du glaubst, dass wir das machen, sondern das ist jetzt grundsätzlich schon alles so gelegt, dass du das jetzt wirklich kapierst. Das ist schon anspruchsvoll, was da jetzt gerade passiert. Und das ist mir einfach ein bisschen zu plump an der Stelle. Das ist sehr schade, weil das Grundmotiv, die Grundproblematik, die dem Film zugrunde liegt, ist echt eine interessante. Und ich werde da zum Schluss ganz gut, also wirklich ganz gut hinbekommen. Ich finde sogar, dass das Ende wirklich, wirklich stark ist, was der Film hat. Auch wenn das auch wieder so sehr ambivalent daherkommt. Aber das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, wie das Ganze aufgelöst wird. Allerdings hat der mir zwischendurch viel zu viel Leerlauf drinnen. Das liegt natürlich daran, man muss sich damit einfach auch anfreunden, dass das eine Beobachtung ist, dass das jetzt nicht unbedingt darauf abzielt, alle 98 Minuten irgendwas passieren zu lassen, sondern es ist schon durchaus im Sinne des Affinders, dass man da einfach einmal zuschaut und sich so seine eigenen Gedanken macht. Das ist auch wunderbar, mit dem könnte ich leben. Trotzdem ist das für mich zwischendurch einfach um einige Nuancen zu uninteressant, zu irrelevant und einfach generell zu oberflächlich gewesen. Teilweise sogar ein bisschen plakativ. Damit habe ich einfach keine Freude, wenn das ein Film so macht, wenn er sich so auf die Fahne schreibt, wir wollen jetzt großes Kino sein und im Grunde aber eigentlich nichts zu erzählen hat. Und das ist sehr, sehr schade an der Stelle, weil ich finde, dass genau durch diese Art und Weise den Film zu erzählen, Lara ein irrsinnig viel an Potenzial einbüßt an der Stelle. Der sollte wirklich können ein sehr, 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 sehr guter Film werden, der eben die Frage nach der eigenen, nach dem Sinn des eigenen Lebens beziehungsweise inwiefern wird man von Menschen, die einem im Laufe des Lebens begegnen, beeinflusst, von seinem Weg wieder abgebracht, wieder zurückgeholt. Wo definiert jeder Mensch seinen Sinn, seine Ideale, seine Werte, durch wen wird das weitergeben und was? Also da steht schon richtig, richtig viel drin in dem Film, ihr merkt das. Und das wird tatsächlich an einigen Stellen einmal angedeutet, worum es geht. erinnert mich da an eine besonders eindrucksvolle Szene, die Lara mit ihrer Mama hat, wo einiges angedeutet wird, um was es da jetzt geht. Aber es wird halt meiner Meinung nach nicht fertig fahren und das ist eine irrsinnig schade Geschichte. Trotzdem, allein für die Performance von der Corinna Haafuch und allein für das, dass man einfach sagt, okay, solche deutschen Filme sieht man einfach in letzter Zeit ein bisschen zu selten, weil das deutsche Kino kann schon was. Wenn man sich einmal von diesem Schweiger, Schweighöfer, Daktikin, Mist ein bisschen entfernt, dann kann deutsches Kino wirklich ganz viel und deswegen kriegt Lara von mir trotzdem noch sechs von zehn Punkte, weil ich echt finde, allein schon für das Schauspiel lohnt sich das auf jeden Fall, dass man sich den Film anschaut. Das haut an der Stelle schon hin, trotzdem noch einmal an der Stelle auch die Warnung, wenn man mit Arthouse Filmen und generell mit solchen Streifen nichts am Hut hat, dann wird an der Film nicht auf den Weg bringen. Das ist tatsächlich einfach so zu sagen, weil dafür lässt er sich in sehr vielen Momenten zu viel Zeit für mich und da haltet sich mit Dingen auf, die gar nicht so wahnsinnig interessant sind an der Stelle. Damit war es das aber von mir schon. Darf ich mich auch schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.